In diesem Video verrate ich dir etwas, was ich noch nie jemandem erzählt habe, nämlich wie das erste passive Einkommen zu mir gekommen ist und ich gar nicht wollte, dass es da ist. Und zwar war das 2003, 2004, wo ich mit meinem Studium zur Architektur begonnen habe. Da mussten wir uns eine Kamera kaufen und mussten verschiedene Fotografie-Dinge, also Dinge fotografieren und darauf gab es dann Noten. Und in dieser Zeit habe ich das Fotografieren für mich entdeckt. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich war auch nicht so schlecht darin. Ich habe dann angefangen, an Wettbewerben teilzunehmen. Und in dieser Zeit war es auch so, ich habe selber kein Geld verdient. Das heißt, meine Frau musste halt die Miete bezahlen und dafür Essen sorgen und so weiter. Und dann ich hatte noch mit einer teuren Kamera und ich hatte ja nur BAföG in dieser Zeit. Und ja, ich kam eines Tages nach Hause und meine Frau wartet schon auf mich und sagt so, was hast du wieder bestellt? Da ist ein großes Paket da. Was hast du geordert? Ich habe keine Ahnung, ich wusste von nichts. Und dann haben wir zusammen dieses Paket geöffnet. Und was drin war, war eine Kamera und zwar eine, ich weiß gar nicht mehr, Nikon oder sowas für 1000 Euro. Also eine richtig teure Spiegelreflexkamera, digital. Also etwas, was damals zu der Zeit noch gar nicht so verbreitet war, was relativ neu war. Und wir waren uns überhaupt nicht, ich wusste überhaupt, ich dachte wirklich, oh Gott, habe ich da irgendwas bestellt? Oh mein Gott und so weiter. Und jedenfalls gab es so ein Schreiben dazu. Und wir haben dieses Schreiben dann gelesen und da stand drin, dass ich den ersten Preis bei einem Fotowettbewerb gewonnen habe, bei dem ich mitgemacht habe. Und ich hatte das nicht wirklich im Sinn oder im Kopf gehabt, dass man da so viel Geld gewinnen kann. Weil was wir dann gemacht haben, ist die Kamera natürlich verkauft und haben dann diese 1000 Euro eingesteckt. Oder es waren ja vielleicht nur 950 oder sowas. Und so bin ich zu meinem ersten wirklich passiven Einkommen gekommen, weil ich habe das ja nur gemacht, weil ich das sowieso machen musste für mein Studium. Und habe dann gesehen, dass es da Wettbewerbe gibt und habe mich da einfach daran beteiligt. Also es war nicht der Sinn und Zweck dahinter, Geld zu verdienen, sondern der Sinn und Zweck war, etwas Schönes zu fotografieren und mich da zu beteiligen, also meiner Leidenschaft nachzugehen. Und seitdem habe ich dann natürlich auch mit dem Thema Fotografie das Ganze ausgearbeitet. Also das war so der erste Aha-Moment, wo ich gesehen habe, wow, wenn man da so viel Geld mitverdienen kann, dann muss man auch irgendwie auf eine andere Art und Weise Geld verdienen können damit. Und dann haben wir angefangen, die Fotos auf Stockplattformen hochzuladen. Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube schon über 10.000 Bilder auf Stockplattformen. Man verdient damit jetzt regelmäßig, also 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat. Nur mit dem Verkauf über Stockplattformen. Wir haben noch ein eigenes Paket, was wir anbieten. Also wir, inzwischen ist Peggy auch eine begnadete Fotografin und hat dann so richtig ihre Leidenschaft drin gefunden. Jan, warum erzähle ich dir diese Geschichte? Was ich gelernt habe im Nachhinein ist, dass wenn du etwas tust, was dir wirklich Spaß macht, wenn du etwas tust, was deine Leidenschaft ist, also wo du sowieso Arbeit, also Leidenschaft, also wo du sowieso bereit bist zu leiden, dann ist das eigentlich der beste Weg, um damit Geld zu verdienen. Denn mit allen lässt sich Geld verdienen. Und heute ist ja der letzte Tag, an dem du dich für die 90-Tage-Cash-Flow-Held-Challenge anmelden kannst. Und ja, ob du dich jetzt da anmeldest oder nicht, ganz egal. Geh deiner Leidenschaft nach. Mach das, was dir auf dem Herzen liegt. Versuche nicht, andere zu kopieren. Ah, der hat da und da mit Geld verdient. Der hat mit Amazon FBE Geld verdient. Ich nenne es halt irgendein Beispiel. Das kann ja sein, dass das deine Leidenschaft ist. Und dann muss ich das jetzt auch so machen. Sondern suche erst mal in deinem Herzen nach dem, was dir wirklich Spaß macht, was dir Freude bereitet, wo du bereit bist, über die Grenzen hinweg zu gehen. Denn die meisten scheitern tatsächlich an der Stelle, wo es schwierig wird. Also sie bauen sich erst was auf. Und an der Stelle, wo es wirklich schwierig wird, scheitern die meisten, wenn sie keine intrinsische Motivation haben. Also wenn sie keine Motivation haben, die aus dem Inneren herauskommt. Wenn du mit dabei bist, dann, also ich kann doch nochmal Feedback geben. Ich bin heute früh aufgewacht. Das sind jetzt über 100 Leute in der Gruppe. Und alle haben sich vorgestellt, also nicht alle, aber viele, es sind mindestens 30 Videos drin, die ich mir alle noch ansehen muss mit Vorstellungen. Es sind Textvorstellungen drin. Es gibt schon Diskussionen, also wo andere Teilnehmer die Videos kommentieren, und sagen, wow, wie sympathisch, lass uns doch für diese Challenge zusammenarbeiten. Es gibt ja so ein Geld-Buddy-System. Das heißt also, es gibt immer zwei, die sich zusammentun und die dann zusammen das durchziehen, damit die Motivation hoch bleibt. Und es ist einfach fantastisch, wie aus so einer kleinen Sache sich das Ganze entwickeln kann. Und auch wenn du die 200 Euro jetzt nicht hast, um dir den Coach dazu zu kaufen, den KI-Coach, was ich jedem empfehlen würde, weil das ist wie, also stell dir mal vor, ich hätte jetzt von Anfang an so einen Coach in meiner Hosentasche gehabt, der mir bei den Aufgaben, die wirklich in den 90 Tagen, kommt da jeden Tag eine Aufgabe, die da wirklich relevant sind und wo ich die ganze Zeit meine Informationen reingebe, wo ich sage, ja zum Beispiel jetzt nehmen wir mal die Fotografie, ja ich fotografiere leidenschaftlich gern, ich will bei Wettbewerben teilnehmen und so weiter. Und wo der Coach mir sagt, hey, du fotografierst doch gern, mach doch das und das. Also wo er quasi das aufgreift und nachher in der Historie über die ganzen Tage hinweg einen riesigen Schatz, einen Datenbankschatz aufgebaut hat und genau weiß, wer du bist, was du machst, was du liebst, was du willst, was du nicht willst und so weiter. Und dir da natürlich ganz andere Antworten geben kann als, ich sage mal, jeder der hergelaufene Coach, der vielleicht eine Gruppe von 100 Leuten coacht. Das ist das Besondere an diesem Coaching, aber selbst wenn du sagst, nee, 200 Euro sind mir zu viel, dann komm wenigstens in die Gruppe mit rein. Wir sind, wie gesagt, jetzt über 100 Leute und das kostet gerade mal 17 Euro, irgendwas, also nicht mal 20 Euro und dann bist du schon bei dieser 90-Tages-Challenge dabei. Also, inzwischen sind meine Leidenschaften nicht mehr so 100% Fotografie, sondern eher Menschen dabei zu helfen, in die finanzielle Freiheit zu kommen, finanzielle Bildung weiterzugeben, dich vielleicht auch ein bisschen zu motivieren, was anzugehen. Nochmal, du musst da nicht mitmachen. Wenn du da mitmachst, wirst du in den nächsten 90 Tagen dir ein aktives oder passives Einkommen aufbauen. Wenn nicht, dann gehe trotzdem bitte, bitte deinem Herzensthema nach. Wir haben jetzt das Jahr 2024 und wie viele Jahre willst du noch warten, um durchzustarten? In diesem Sinne, ich sende dir ganz liebe Grüße hier aus Kupangan. Das ist übrigens das Tomorrow X. Ich drehe mich mal ganz kurz um. So, da ist auch Peggy. Und ich kann nur jedem empfehlen, der mal auf Kupangan ist, unbedingt hierher zu kommen. Es ist einer der schönsten Ausblicke auf der Insel und die haben wirklich gutes Essen hier, schönes Frühstück, Bowls und so weiter. In diesem Sinne, vom ganzen Herzen ganz viele Grüße, ein erfolgreiches Jahr. Ich wünsche dir, dass du deine Leidenschaft dieses Jahr findest und dass du durchstartest und dass du ein bisschen diesem Wahnsinn, der da in den Medien abgeht, entkommst und dich mehr mit dir, in dir beschäftigst und mehr aus dir heraus die Kreativität arbeitet. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und wir sehen uns bei Marco. Ciao. 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 Ciao.